Der 31. Spieltag, ausverkaufte Hütte hier in der SP-Arena in Büsseldorf. Und haben wir ein herzliches Willkommen, Fortuna Büsseldorf, gegen den Deutschmeister Borussia Dortmund. Besonderes Willkommen natürlich an die Fans von Fortuna Büsseldorf. Hier ist sie wie Mannschafts-Chef, unser Fortuna, und sie gehört natürlich, wie das ist, hier von den Starten in Büsseldorf. Unser Schrifttrainer, das ist es, nur beendet! Hartig gefreut, der Elf Nitschi. Im Tour, die 33. Fabian! Mit Nummer 3, Leon! Die Nummer 4 trinkt Stilios! Mitte Nummer 10, Kim! Die Nummer 11, Rachel! Und Nummer 13, Adam! Und Nummer 17, Kapitän Andreas Luthi! Mit der Nummer 20, Danny! Die 21, Jojo! Mit der 21, Skiffy! Und die Nummer 28, Mati! Zunächst noch der Rundwegplatz mit der Schroh, mit der Nummer 1, Robert! Und Nummer 6, Jintz! Und die Nummer 6, Jintz! Und die Nummer 7, Oliver! Die Nummer 8, Rubioz! Mit der Nummer 15, Ivan! Die Nummer 19, Tobias! Und mit der Nummer 27, Stefan! Und die Nummer 24, Abge delayed, ging es zu mumen! Die Nummer 7, Mumen! Die Nummer 8, baby!